Zu vielen Warners geht's um den Channel, ich hingegen, denk mal wieder, dass ich natürlich auch lieber lenken klauen, weil wir grad einen Krieg da Ich natürlich auch schon wieder lieber Freestyle werden, ich in Mieder, Mieser wird in der Drucken als sonst wieder fast auf ihren Spuren immer wieder wahrnehmen So was ich hier ist grad eben, natürlich auch Fragen warten, immer wieder nicht ertragen kann, im Unangenehm, wie das dann eben Denn natürlich auch angehen kann, allerdings nicht wirklich angehen kann, für mich dann alle nicht, bin ich ja nur am Berichten, darüber was ich gern berichten möchte Wie zum Beispiel die gesamten staatlichen Geschäfte und die Geschäfte dieser Schweinezüge, wahrscheinlich sind sie einfach nur down mit diesem ganzen Down-Syndrom und so weiter hier Ich mein, ich weiß sie grad hier, nicht einmal hier, ich bin grad hier aus, sondern einfach nur mal wieder, so dass ich einen Krieg dann an hier natürlich auch schon wieder, garantiert nicht tolerier Aufgrund der Tatsache, weil dieser Mensch natürlich nicht voller Bier sein sollte jetzt gerade hier, so dass ich hier mir natürlich auch schon wieder irgendein etwas anderes ausdenken, die Luft an Natürlich auch zum Beispiel wie ein bisschen Raketenwerfer, natürlich auch ganz gerne mal eben, Lenkraketen wirft gerade, also es ist auch nur wegen der Krieg, der ganzen Scheiße, und somit meine ich natürlich auch schon wieder den Atom Scheiß halt, und somit meine ich natürlich auch schon wieder das, was ich mich klar von Spalt halt Wäre ich natürlich auch schon wieder lieber, gescheit, bescheid weiß darüber, was er sonst so geschehen mag, ich mein, es ist ja eben grad Natürlich auch immer wieder Krieg, um mich herum, so dass ich bin, nur Dichtung und Sicherung, natürlich auch schon, nigga, ja, ich bin nicht dumm, wie ein Willgrad von Mensch, ohne gechillt hab Allerdings frag ich mich natürlich auch, was geht ab, in dieser Welt, ich mein, es geschieht viel zu schnell und viel zu viel, als dass man gerade noch irgendetwas machen wollte und es könnte, aber wahrscheinlich sende Nicht einfach nur die Worte, du hast hier natürlich auch verloren, denn die Seelen immer wieder ganz gerne mal für die Ideen, das natürlich auch ganz gerne mal gegen den Strich gehen mag, doch momentan für mich eher Diesen ganzen Nazi-Drecks-Pack-Volt halt, so dass ich hier natürlich auch schon wieder gekrat und nicht Gold war, sondern einfach mal wieder in meinen Engel, der erholt wie sein Geräsen, sein Kräte Hm, okay, was mein ich denn damit, wahrscheinlich einfach nur, dass ihr euch diesen ganzen Atombildet mal lieber ersparen müsstet Allerdings ist das dann an die Politik gerichtet und nicht Dichties, einfach nur, weil es Mist wie ist, was diese ganzen Bube in Bonzen an der Macht zu machen Ach, wahrscheinlich sind die allesamt zu schwach, so nicht als dass man den anderen für sich doch gegen etwas zu tollen dürfte So dass ich hier lieber die nächste Hürde nehmen und jeden stürze, natürlich auch ganz gerne mal in Kürze, so oder längere Weile wahrnehmen Doch momentan ist das Volk einfach zu faul, um ihm ja auch viel zu geilen, interessiert an diesem Super-Gauch